Hallöchen, hier ist es wieder euer Tag und ich begrüße dich zurück zu einer neuen Folge Minecraft. Genau, und wir sind ja hier bei unserem Geschäftszentrum stehen geblieben, Part 2 ist nun. Im ersten Part haben wir ja, wie ich sagte, die Schallmauer aufgebaut. In Wahrheit heißt das Ganze ein bisschen mehr so wie Lärmschutzwand. Damit halt unsere Geschäftsmänner, die dann später drin arbeiten, nicht gestört werden von unserer befahrenen Straße. Ja, ist sehr befahren, man sieht schon überall hier diesen ganzen Verkehr, hoffentlich steht man nicht später im Stau. Ja, aber heute beschäftigen wir uns mit dem mittleren Teil unseres Geschäftszentrums, denn jetzt wollen wir ja ein bisschen mehr machen, sodass man ja auch später reingehen kann. Dabei fangen wir an wie so eine Torte, wir fangen natürlich erstmal mit dem Boden an und arbeiten so ein Stückchen für Stückchen hoch. Ich habe jetzt so ein bisschen geguckt, wie wir uns das Ganze machen, das würde jetzt natürlich etwas größer werden, als du das jetzt hier vor uns siehst. Ich habe mir gedacht, wir machen hier erstmal diesen vorderen Teil, Ding bauen wir ran, ein bisschen den Grundriss hier so markieren und den hinteren Part bauen wir auch noch, das Ganze wird auch heute etwas höher werden. Dann gucken wir mal, wie viel wir heute schaffen und dann vielleicht geht es auch schon hier mit dem mittleren Teil los. Aber ich bin zufrieden, wenn wir erstmal die unteren zwei Stücke fertig kriegen und ja, genug gelabert. Der Plan ist gesetzt, würde sagen, setzen wir uns ran. Mittlerweile wollten wieder viele gegrüßt werden, ich blende euch einfach mal ein, auch mit Sound, damit man das Ganze hört und dann liegen wir auch hier schon gleich los mit dem Bauen. So, heute brauchen wir nicht unbedingt viel Baumaterial. Zack, ein bisschen übersichtlich heute. Also, wir holen uns einfach mal weißen Beton raus oder Quarzblöcke, wie du halt dich jetzt entschieden haben solltest. Dennoch sollten wir uns Glasblöcke rausholen oder Glasscheiben. Verwende jetzt am besten das Glas, was du auch schon auf unserer Rückseite verwendet hast. Ähm, ich werde jetzt zu Glasblöcken mehr übergehen, weil ich das später ja natürlich so ein bisschen mehr Fake bau, als es mir einzurichten. Falls du das Ganze dir einrichten möchtest, empfehle ich dir doch so ein bisschen mehr Glasscheiben, aber falls du auch lieber als dir verkleiden möchtest von innen, dann empfehle ich dir Glasblöcke, weil mit Glasscheiben hast du dann so einen riesigen Aufwand, die ja zu verkleiden. Also, ja, so, dann würde ich sagen, legen wir los ganz einfach mit dem weißen Beton erstmal. Wir müssen hier uns ein bisschen erstmal den Grundriss reinsetzen. Äh, jetzt ist natürlich die Frage, wo fangen wir am besten an? Hm, ich würde mal sagen, bei unserem kleinen Häuschen hier, was wir in der letzten Folge gebaut haben, da fliegen wir einfach mal hier vorne ran, ist ja noch hier ein bisschen offen. Das machen wir aber heute in der Folge noch zu, mal gucken, wie das Ganze denn hier so passt. Aber wir fangen hier einfach mal an der Seite an, hier vorne an der Wand. Da setzen wir einfach mal einen Block ran und einen nach vorne. Genau, die zwei machen wir jetzt auf eine Höhe von drei schon mal, weil das sind wir natürlich auch, sag ich mal, später ein Pfeiler und können wir schon mal drei hier machen. So, wenn wir das Ganze geschafft haben, ich würde sagen, gucken wir einfach mal von oben so ein bisschen rauf und von oben setzen wir einfach mal nach links zwei Blöcke hier so ran, zack, denn zwei einzelne so schräg nach oben und dann wieder ein Zweier, gefolgt davon noch ein Zweier. So, wenn wir das Ganze haben, setzen wir an den Zweier jetzt hier einmal links zur Seite eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben weitere Blöcke ran. Danach setzen wir nach rechts jetzt oben zwei Blöcke ran, noch einmal zwei, ups, zwei bitte, denn zwei einzelne nach rechts, denn nochmal ein Zweier und nochmal so ein Zweierschrick darüber. Zack, dann machen wir jetzt, sag ich mal, auch so einen kleinen Kreis, sieht man schon so ein bisschen. So, danach den Zweier machen wir so einmal schräg nach oben, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben weitere Blöcke ran. Aufgepasst bei den sieben Blöcken hier, die wir haben, gucke ich jetzt einfach mal hier so, ja, ich zoome mir erst mal die Mitte raus. So, jetzt haben wir hier drei Blöcke in der Mitte, so dass wir den Seiten seit zwei haben. Genau, die machen wir nochmal auf eine Blockhöhe größer, damit wir hier drei haben. Weil das wird auch später so ein Pfeiler werden, den markieren wir uns schon ein bisschen, so wie da vorne. Und auf der anderen Seite, auf der Außenseite hier, setzen wir bei den Dreier, wenn wir jetzt von außen gucken, auf der linken Seite zwei Blöcke unten ran, das ziehen wir auch nochmal auf eine Höhe von insgesamt drei. Okay, so, jetzt fliegen wir wieder einmal in den Kreis rein. Wir setzen jetzt hier von unseren siebener, den wir hatten, wieder zwei so schräg nach unten, nochmal zwei, denn zwei Einzelne, ne, dann wieder ein Zweier und noch ein Zweier, ups, so in etwa. Ist halt so, wie wir jetzt auf der anderen Seite gemacht haben, wird da halt so ein bisschen so ein Kreis werden. So, danach nach den zwei Zweiern setzen wir wieder so schräg nach außen, nach rechts, dann eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben Blöcke hin. Danach geht es dann so nach links, wieder nach innen, setzen wir ein Zweier, ein Zweier, zwei Einzelne und dann so einmal schräg nach unten ein Zweier. Und natürlich noch ein Zweier. So, um den Kreis jetzt richtig zu machen, müssten wir noch einmal weiter nach innen gehen, machen wir jetzt aber nicht. Da machen wir jetzt einfach mal nach den Zweier, gehen wir ein nach oben und zwei nach links. So, danach gehen wir jetzt ein nach unten und setzen da eins, zwei, drei, vier, fünf weitere Blöcke ran. Kommen wir natürlich an unseren Zweier an, ne, den wir schon ein bisschen hochgezogen haben. Und dann sieht der Kreis, ich fliege mal hier kurz nach oben hin, so aus. Okay. So, wenn wir das geschafft haben, fliegen wir nochmal hier kurz zu diesen Zweier hier. Ich habe mir das Ganze hier ein bisschen markiert, fällt mir jetzt erst wieder ein. Bei diesen Zweier hier, wo dieser Dreier so umangeheckt ist, müssen wir auch nochmal auf eine Höhe von insgesamt drei machen, weil das ist natürlich auch ein Pfeiler. Okay. So, wenn wir das Ganze haben, geht es los jetzt erstmal mit der vorderen Seite. Wir machen jetzt hier vorne einmal diese ganzen Blöcke hier auf noch einmal, ja, noch eine Höhe größer. Haben wir das denn einmal geschafft, noch eine Blocklei raufzusetzen? Müssen wir mal kurz gucken. Warte mal. So, da hilft doch immer so ein kleiner Schnitt. Ja, jetzt habe ich geguckt, wie ich das Ganze haben möchte. So möchte ich das haben. Natürlich jetzt die Frage, wie ist die Maße? Wir haben hier noch einen zweiten Pfeiler. Haha, können wir ja hier am besten gucken. Ja, wir fangen hier einfach mal bei denen hier an, wo wir, sag ich mal, diese drei Blöcke hochgezogen haben. Auf dem vordersten machen wir das Ganze einfach mal. So, wir haben hier, sag ich mal, jetzt einen Block noch überstehen. Darauf setzen wir jetzt noch eins, zwei, drei, vier, fünf Blöcke rauf. Gucken wir mal kurz. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Ja, okay. Also wir machen jetzt einfach so, dass wir hier eins, zwei, drei, vier Blöcke haben. Beim fünften setzen wir einmal so einen Block ran. Vielleicht so zwei. Wir haben ja unten auch zwei. So, dann gucken wir hier, haben wir wieder eins. Setzen wir noch eins, zwei, drei, vier Blöcke rauf. Ups. Ich mach das aber einfach mal. So, dass wir jetzt, sag ich mal, hier auch wieder so eins, zwei, drei, äh, drei, vier Blöcke an sich Platz haben. Beim fünften setzen wir wieder so einfach mal so ein Zweier vorne ran. So, dann machen wir hier oben noch eine weitere Schicht drauf. Zack, und so ist die Höhe. Also, an sich eigentlich, wir machen hier jetzt den Pfeiler hoch. Achten darauf, dass wir hier mal vier Blöcke Platz haben. Machen dann eine Strebe ran. Vier Blöcke Platz und dann hier so ein Zweierblöck oben rauf. So, das Ganze müssen wir jetzt hier so machen, dass es mit unten immer übereinander abstimmt. Und das heißt, hier jetzt so etwa, sag mal, jetzt haben wir hier ein Zweier. Dann machen wir jetzt hier einfach mal zwei Einzelne hin. Und hier ist natürlich so ein Zweier hin. Also, das ist halt übereinander, halt so, äh, ne, als ob man das aufeinander packen könnte. Das machen wir natürlich dann hier oben auch nochmal. Und dann machen wir das Glas von innen rein. Aber, ne, ich glaube, mit dem Zeitraffer sieht man es immer am besten. Also, also... Puh, einmal geschafft. Hoffe ich mal. Hm, jedenfalls so sollte es denn am Ende aussehen. Okay, wenn wir das Ganze haben, ziehen wir noch nicht das Glas rein, sondern fliegen nochmal hier hinten auf diese eine Seite hin. Hier haben wir jetzt an sich ja einen Viererblock. So, diesen Viererblock müssen wir ganz schwer auf die gleiche Höhe setzen, wie wir das jetzt hier haben. So, weiter geht's hier. Ja, ich hatte gerade eben so einen kleinen, ähm, Anzeigefeder auf meinem Fernseher. Der wollte einfach nicht mehr angehen. Naja, jetzt ist er wieder an. Ja, das Letzte, was wir gemacht haben, war ja das Ganze hier hochzuziehen, diese vier Blöcke. Ne, wenn wir das geschafft haben, geht's weiter. Und zwar würde ich sagen, bevor wir jetzt uns an die Rückseite wagen, machen wir erstmal das Glas rein. Jetzt kannst du dich natürlich entscheiden, machst du jetzt, äh, Glasblöcke, Glascheiben, ne, so wie du gerne möchtest. Bei Glascheiben kannst du ja gleich hier raufsetzen, musst du denn aber, sag ich mal, die Kanten, wenn du die halt setzt, nach innen setzen. Ne, und dann machst du, sag ich mal, wenn du jetzt wirklich mit Glascheiben arbeiten solltest, natürlich das Ganze denn hier mit Weißmeton oder mit Quarzblöcken, wie du das Ganze dir halt gemacht hast. So, okay, so, ich mach das aber damit nicht. Ich nehm Glasblöcke, setz die natürlich jetzt nicht da rauf, sondern wir müssen die jetzt ganz einfach mal gesagt, äh, innen drin reinsetzen. So, dabei machen wir dann immer, sag ich mal, hier diese Ecke wieder weg. Zack. Und können hier innen drin, die, sag ich mal, einmal so langziehen. Das können wir unten auch einmal machen. Und dann müssen wir das Ganze natürlich auf die gleiche Höhe setzen, wie wir das, sag ich mal, hier halt uns hochgezogen haben. Ne? Dann. 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 haben wir denn einmal die ganzen glasblöcke oder glascheiben reingesetzt sollte das denn am ende natürlich so aussehen so wenn wir das haben geht es weiter erst mal mit dem weißen beton denn wir sind oben noch nicht so richtig fertig da müssen wir zum kleinen feinschliff ran machen wir fangen am besten das würde ich mal sagen hier von der linken seite an wo wir diesen klotz hierhin gebaut haben das jetzt hier vorne ganz einfach mal eine weitere schicht ran einfach so drei blöcke ein bisschen überstehen so in etwa das müssen wir jetzt einmal hier komplett machen bis zur anderen seite immer so ein block hier einfach so vorne noch ansetzen hinten an der ecke bei jungen und zweier machen wir nichts mehr ran da lassen wir das ganze so wenn wir das ganze geschafft haben geht es jetzt auf die andere seite denn wir müssen natürlich jetzt die rückseite weiter bauen dass hier natürlich auch noch eine glaschicht entsteht anfangen tun wir erstmal mit unserem weißen beton und fliegen würde ich mal sagen wir hatten ja hier unser unser kleines häuschen da fliegen wir auch erstmal wieder hin denn wir müssen sag ich mal jetzt hier diese kleine ecke lassen wir noch frei und wir gehen hier hinter nach unserer markierung und setzen uns einfach mal auf diesen halbkreis die wir noch haben noch eine weitere schicht drauf wenn wir das hinter uns haben können wir jetzt an den seiten das ganze schon wieder etwas höher ziehen die eine seite mit diesem dicken klotz die haben wir schon gezogen also machen wir diese seite die können wir auf die gleiche höhe ziehen wie wir da ist das so haben also wird sich da jetzt noch ein block auf zwei drei vier fünf sechs sieben acht zehn blöcke also 13 blöcke an sich ist es hoch zehn blöcke noch auf sollte die gleiche höhe haben kann es ja noch mal kontrollieren falls du dir nicht so sicher bist oder ob du dich jetzt jedoch naja eigentlich sollte schon passen so zehn blöcke oder so aber guckst einfach ob das hier passt wenn es der fall ist machen wir jetzt wieder was und zwar gucken wir einfach mal von der seite wo haben wir jetzt sage ich mal hier unsere letzte beiden schichten die haben wir hier so das heißt jetzt hier machen wir auch das gleiche spiel wieder drüben das heißt es einfach in den letzten zwei blöcken müssen wir jetzt hier sag ich mal das ganze so lang ziehen dass es unten auch wieder übereinander abpasst wenn wir das ganze geschafft haben sollte es so aussehen also schon ein bisschen so ähnlichkeit wie wir angefangen hatten jetzt hier auf der seite ist das gleiche eigentlich hier auch wenn wir das ganze geschafft haben müssen wir jetzt das was wir gemacht haben noch einmal machen und zwar genau oben drauf das ist natürlich die frage wie hoch ist das ganze hier und mal eins zwei drei vier fünf sechs sieben acht neun neun blöcke haben wir jetzt hier als fläche das heißt wir müssen hier auch noch mal die gleiche fläche hinkriegen also eins zwei drei vier fünf sechs sieben acht neun blöcke setzen wir erstmal hin plus zwei zack zack also zehn elf also elf blöcke setzen wir da jetzt oben rauf können noch mal zählen eins zwei drei vier fünf sechs sieben acht neun zehn elf genau elf blöcke müssen oben drauf setzen da wir sag ich mal eine neuner fläche von glas haben so auf der anderen seite ich setze wieder ohne zu sprechen hatten wir sag ich mal hier unseren ich hatte mal ein bisschen höher unseren vierer blöcke hat den ziehen wir jetzt nicht so hoch halt auch mit vier blöcken sondern ganz einfach machen wir hier eine ecke rein bei dieser ecke müssen wir eigentlich genau so machen wie da das heißt jetzt einfach noch zehn blöcke rauf ja ich habe jetzt eine gemacht also elf hier auch so haben wir das ganze hier auch einmal hochgezogen sieht man ja ob das passt oder nicht aber wir fangen jedenfalls von der seite an und dann sehen wir ja ob das passt oder nicht weil es mal nicht gezählt haben sollte denn wir müssen das gleiche spiel machen wie hier unten das heißt einfach bei den letzten zwei wirken müssen wir einfach hier auch so eine verbindung rübersetzen bis zur anderen seite haben wir das dann auch wieder hinter uns hier oben noch diese weitere stäbe rauf zu setzen siehst du ja so das ganze so aussehen ja gleich spiel wie wir angefangen haben kann es jetzt natürlich wieder nicht entscheiden glas scheiben oder blöcke wenn du jetzt natürlich glas scheiben schon verwendet hast auf der vorderen seite machst natürlich auch weiter hinten ich bleibe immer noch bei den glas blöcken das heißt jetzt ich jetzt hier einfach hier einfach die glas blöcke genau hier hinten einmal ran so dass halt unsere streben frei sind das muss man natürlich einmal auf der oberen seite machen und natürlich auf der unteren seite gut Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 So, dann sind wir damit auch wieder durch und haben hier einmal das ganze Glas reingemacht. Okay. Ja, wenn wir das ganze fertig haben, würde ich sagen, machen wir noch zwei kleine Sachen. Und zwar machen wir noch hier unser kleines Häuschen noch fertig und ich würde diese kleine Speise schon mal anfangen. Wir können da zwar noch nicht so viel machen, da das am Ende sich dann ergibt, wie wir hier oben weitermachen, aber wir können hier schon mal ein bisschen Glas hinsetzen. Das heißt einfach, wir fangen ja auch gleich an. Nun, bei unserem Grundriss, wo wir das haben, können wir hier einmal unsere Glasblöcke, zack, 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 die hinterher schon mal setzen. Da haben wir natürlich jetzt hier diese eine freie Fläche bei unseren drei Blöcken. Hier machen wir einfach mal, ich mache das hier einfach mal so zu, so. Hier an der Seite, den können wir einmal bis nach oben schon mal hinziehen. So, in etwa. Nun, dann haben wir hier so ein L oder so eine kleine Ecke gemacht. Danach können wir dann ganz einfach mal die ganzen Glasblöcke, die wir jetzt hier an dieser Speise haben, auf die gleiche Höhe setzen, wie wir gesagt, ich möchte das hier haben. Aber das wird noch ein bisschen noch größer werden. Erkennt es jetzt, wo ich da jetzt mit dem Cursor hingucke. Diese Etage ist das. Die machen wir dann im nächsten Teil, weil darauf kommt ja dann noch eine Grünfläche und ich fliege da noch mal kurz hin. Ist ein bisschen immer kompliziert zu bauen, weil jede Oberfläche ist in einer anderen Oberfläche mit drin. Und da muss man dann ein bisschen gucken. Aber hier fällt schon auf, das Ganze ist und nimmt schon ein bisschen Größe an. Wird vielleicht doch noch ein bisschen größer als 20, 30 Blöcke, wie ich im ersten Teil sagte. Ja, weil wir haben jetzt an sich diese kleine Ebene hier gebaut. Und das ist schon doppelt so groß. Ja, da kann man sich nur ausarten, wie das Ganze denn wird. Aber in der Aber, naja. So, ich würde sagen, dann ziehen wir erstmal hier diese Spalte hoch. So, dann haben wir das hier auch erstmal hochgezogen. Wie es denn hier weiter vorne geht, muss ich mir erst Markierungen setzen, um euch das bauen zu können. Also jetzt so, na, das wird dann nichts. Aber wieder damit sind wir dann auch noch nicht fertig. So, jetzt haben wir die kleine Spalte schon mal gemacht. Ein bisschen Arbeit schon für die nächste Folge und abgenommen. Machen wir hier noch das kleine Häuschen ein bisschen anders. Und zwar, man sieht auf dem, sag ich mal, auf dem Gebäude nicht so richtig den richtigen Winkel, wie das Ganze hier miteinander verbunden ist. Da denke ich mal einfach, da mache ich einfach keine Verbindung. Ich mache das eh schon los, weil es ist für mich mehr so ein Dekorgebäude. Sonst auch hier mit diesen Glaswänden ist das Ganze doch ein bisschen kniffliger, sich das Ganze hier zu verbinden. Ich mache jetzt einfach mal hier zum Gebäude das Ganze einfach hier mal zu erstmal. Wir können ja im Nachhinein, oder du kannst ja auch im Nachhinein noch da eine Tür reinhauen. Müssen wir mal gucken. Das machen wir dann einfach zum Ende. Ich mache es erstmal hier zu. Und auf der Rückseite. Jetzt so spontan. Würde ich das einfach erstmal so lassen. Gucken wir mal. Ich mache erstmal hier so provisorisch ganz einfach erstmal hier ein bisschen zu. Obwohl, das können wir auch auflassen. Vielleicht machen wir hier so einen kleinen Durchgang oder so, wenn wir das hier, sag ich mal, später zu einer Grünfläche. Oder, ja, dass man hier einfach so ein bisschen rumgehen kann. Naja, mal gucken, wie das Ganze wirkt. Naja, so, dann würde ich sagen, war es das erstmal hier für den zweiten Part. Wir haben ja wieder ein bisschen was geschafft. Steht da schon mal in der untere Teil. In der nächsten Folge kann ich dir ganz schön sagen, da fliegen wir mal kurz zum Vorbau. Da kann man es mal gut zeigen, was wir in der nächsten Folge machen. Machen wir diese Fläche. Grünfläche bereiten wir vor. Machen wir aber auch erstmal glatt. Das kleinere bauen wir im Nachhinein. Sonst kommen wir noch vielleicht durcheinander mit den nächsten Schichten. Denn ich möchte gerne in der nächsten Folge das hier schaffen. Mh, mh, vielleicht denn, ja, bis hierhin, sag ich mal, diese drei weiteren Seiten bauen wir. Und danach kommt dann hier die Mitte und natürlich der Helikopterlandeplatz, der letzte Part. Und dann gucken wir mal im Part für das Ganze ein bisschen obdachlich bleiben. Ja, außerdem müssen wir den Boden unten noch machen. Da hat er auch noch so die Muster, sind ja auch überall noch pflanzen als Deko. Naja, darum kümmern wir uns in einer anderen Folge. So, ich würde sagen, dann war es jetzt erstmal wieder. Wir haben viel geschafft. Dann stelle ich mich hier vorne in Safety hin. Und dann sehen wir uns im nächsten Teil, äh, im nächsten Part wieder. Und dann haut es rein. Und, naja, ihr wisst ja. Tschüss. Und, naja, ihr wisst ja, ihr wisst ja.